Hallo und herzlich willkommen zu einer heutigen Folge von Let's Plays Baro 2 Gateway to Climber Wir sind stehen geblieben irgendwo Handbuch Jetzt noch Klosses haben wir zu 100% Naja So Hallo Aber es gibt einen schönen Glitch mit dem man einen Doppelsprung machen kann Ich habe echt keine Ahnung wie es funktionieren soll Sonst können wir bestimmt schon voraus machen Jetzt machen wir alles Bei Climber müssen wir ein bisschen warten Bis wir die 100% haben Bzw. bis wir Nichts sind glaube ich Kann sein Ich weiß nicht Bissensweise Zweit wir Dings haben Tätern Wenn ich Doppelsprung irgendwie irgendwann mal lernen sollte Vielleicht genau Irgendwie rausfinden sollte Wie das geht Denn Dann könnte ich ja Jetzt schon das machen Aber so lange ich Aber ich würde es eigentlich auch nicht lernen Weil Man sieht es einfach nur entschieden Naja Du liegst gut bei Ruf Sammle weiter Talismane Damit wir Rib durchschlagen können Bevor er Avala in seine Gewalt bringt Ja ja Was wollte ich sagen Achso Das war schon mal Weil Dann könnte ich halt ein paar Sachen skippen Und früher machen Als eigentlich erlaubtes Oder Mich irgendwo hoch klitschen Wo ich eigentlich nicht hoch Würfte Und Ja Das macht man nicht Aber Wornaschreis Sammeln darf man Bling Danke Hey what's up Gefällt dir der Aktivmodus der Kamera Wenn nicht Kann ich wieder den Passivmodus einstellen Nee Okay Ich werde es nicht ändern Vergiss nicht Dass du den Modus im Menü Optionen selbst ändern kannst Naja Ich mag aktiv Ich habe oben auf der Mauer etwas glänzendes gesehen Du könntest es erreichen Aber erst musst du klettern lernen Weil irgendwie jedes zweite level klettern hat Weil irgendwie jedes zweite level klettern hat Ich kenne es nicht Ich möchte ein Leben Hat auch jedes zweite level geklettern Ami 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 ozeanring findest du keinen talisman doch wenn du schnell bist kriegst du viele schätze viel spaß das ist ein schad und fluchler wenn er kein talisman verraten von besagt und das ist jeder kletterner siehst du diese mauer du willst sicher wissen was auf der anderen seite ist wenn ich ein paar mehr edelsteine hätte wüsste ich wie man die mauer niedriger macht ja die funkelnde schönheit dieser edelsteine hat mein gedächtnis wieder auf trab gebracht sei mein team und darum ist ein schönes mensch gut hörn eine frisse ja ist das gut akku war ja den scheiß das ist noch ein übersehen dieses talisman tor öffnet sich nur wenn du alle sechs sommerwald talisman hast wenn das tor offen ist warten und crash im kerker crash kann die gut oder was schlechter wird es darauf genug genug also dass ein klub hat bekloppt machte kommen hier wieder raus und dann machen wir schon mal dass das level sonnen strand sonnen strand jetzt nicht das sonderstand ich denke es nach wasserlevel wo man nur schwimmt ja total hier ist nichts ist wenn du diese baby schuld gröten in sicherheit bringen könntest wäre ich dir unheimlich dankbar okay das ist also die aufgabe und okay gut dann ziemlich merkwürdig wenn man also die ganze zeit links perfekt treffen muss weil ich denke mal ist das einzige erst mal ein einziges und erst das erste mal dass wir das sehen werden zwei ob ließ können also auch auf die schildkröten hochklettern und ich kann nie mal weil hier kann ich schon möchte auch wieder hochklettern mit im dauerstamm steht aber schon steht am bahn baum bahn baum Fussbar ist so gut wie du noch nie gefressen hast Kamera Die ist nicht so gut Gut, dass er mich nicht angegriffen hat Achso, er hat zwei Leben, okay Gut zu wissen Ah, hier ist noch ein Gut Geh da hin Jawohl Und wir können hier nicht Alles machen Das bedeutet, wir können getrost alles ignorieren Sonst verpflüllen wir einfach damit viel Zeit, viel Zeit und ich meine, wir zu 100% zu machen Ah, es wird so, schoss die Die Wasserwerke haben die meisten unserer Babyschildkröten in Kisten gesperrt Die Kisten sind unglaublich fest Mit einem stärkeren Feuerstrahl, könntest du sie öffnen und die Schildkröten befreien Okay Warte mal, ach, das ist ja genug, okay Ach, ich war knapp Okay, wo ist die Schildkröte? Ich wusste die Schildkröte? oder auch nicht und ist nebenbei aber wasser ach hier ist ein schönes hier das ist ein fliegendes wie gerade bei mir gewissen bis sich scheiß insekt der stuttgart bis ich jorge die weise als zeichen unserer dankbarkeit oh thank you god yeah I think it's mixed level das nennt ich Vitali ziemlich stark Vitali sogar Vitali ist noch nicht mein Ausdruck dafür yay auf geht zum nächsten Horykos Horykos Horykane mit dem Kosten ok der Witz war scheiße war es überhaupt n Witz? wir hatten immer Ärger mit den Daumenschraubern und jetzt haben sie Kraftfelder errichtet um uns zu trennen wenn du Dioden findest kannst du die Felder ausschalten hat er gerade wirklich Dioden gesagt? das hat er Dioden gesagt ich glaube dass hier irgendwo eine Diode ist aber meine Augen sind nicht mehr das was sie mal waren bist du eigentlich bist du eigentlich komplett retarded? Alter was ist denn falsch mit dir? easy burn kap amigos pop ... oke auf d kommen zwei platt darum ist dann wusste ich doch dass sie noch nicht sind wenn sie jetzt zu stellen ja dann soll ich das auch tun hübschen skill point dafür gibt es überhaupt skill points ich denke ich nehme an ja dann muss habe ich bestimmt irgendwo irgendwelche verpasst weil wir natürlich auch noch alles gibt das das gehört damit zu den 100% daneben wo dein scheiß an labern da ist eben wix da dem und regenbogen trache beschworen nein schüttel darf ich muss doch irgendwie hochkommen wenn wir klar könnte ich auch einfach weiter gehen aber ich wiederum ist noch etwas okay und sind doch nichts du machst auch nur dein selbst wenn sie bei dieser oder so wo ist das hat er mich an der mich getroffen ich hätte sofort die polizei gerufen was soll denn das mach ja alles kaputte jorge und ich mache schon noch gute jorge hier war ich gerade genau wie juckt los bin ich auch nicht richtig ja 18 und 1800 töten ja ich stehe ich bin noch nicht genommen zack eh jawohl okay das war es nicht wert komm doch jawohl ha 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 entschuldige so wie ich habe ich hatte ein feuer benutzer ja auch immer mich getroffen hat und er sollte mich hier auch noch ein bisschen gucken muss nicht irgendwo kommen und dann ja guck das hätte ich jetzt mal übersehen es ist doch mal zurückgegangen wie so viel schon gesucht hätte diese diebischen daumenschrauber klauen immer unsere blitzsteine wenn du sie alle ersetzen und unseren generator aktivieren könntest wäre ich dir sehr dankbar um vier stammel ich habe jetzt einen gerade zu viel Und was soll daran jetzt so schwer sein? Bitch! Jetzt wieder da eingesetzt so wie standen gehören hallo jetzt funktioniert warum auch immer davor nicht hey wo ist das wo ist der bütz das ist die bütz wo ist letzter komm her komm zurück mach dich kalt wo bist du damit jetzt noch irgendwann bekommen irgendwann zu gott wo sind die zwei hey du nutzt dir von ruhe holen denn das war ihnen selbst okay wo ist die bitch ich muss echt lentsch ziehen den 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 also schwer ist es gar nicht eigentlich ziemlich entspannt okay okay wo ist ja wo ist dieser wasser dass ich richtig hey wo ist zuletzt hier muss auf jeden fall noch ein ja er so schwer war es eigentlich gar nicht aber warum hat es viel stände als schwierigkeit das zeitaufwendig aber nicht schwierig genau was macht ganz schön ist wichtig gewesen noch den kisten ding ist artik ist doch immer allerdings schon es ist immer für 2 minding dong ding ding dong 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 die lang lang ping pong hip-hop yo swag das große gebäude nein die daumenschrauber stehlen damit unseren strom indem du die maschinen darin abschaltest ok ich habe das gefühl ich habe entscheidend was ich bin aufkommen ich weiß das ist ja eigentlich etwas gut und das verfahren ist in der lille ende des levels ich bin auch dumm diesen talisman vor den daumenschraubern gerettet ich nehme ihn bitte als belohnung kost alles waren und gadget antrieb nee nee zahnrad so wie es ist ja da ist der schreiter aber ich will nur noch mal ist dann wait what was war das ich weiß dass keiner begreift langweilig dann kann man irgendwie in den durchsparen weiß ich will es nicht ich hoffe es nicht ich gehe erstmal hier und finde absolut lieben die schlussende volle auswählen ist gelacht was willst du bist hier hochkommen schlagen nimm diesen anhänger als glücksbringer wenn du fragen zum schließen der fabrik hast fragt mich fragt mich denn ich bin dumm er ist ja gerade mal die hüfte geschafft und dafür krieg ich eine kugel nachwürfe diese gleitflüge sind knifflig um sie zu schaffen musst du schweben schweben während des gleitens um zu schweben und an höhe zu gewinnen vergiss nicht die drei taste zu drücken wenn du in der nähe der windmühle bist sonst schaffst du es nicht denn maul ich habe alles wenn ich bin ja wenn du mal so entkommen selbst dann sollte man eigentlich immer kleiden schweben es schweben nicht zeiten wobei kleiden sollte man auch eigentlich immer wenn ich hatte denn ist dumm und vorhin jetzt die antwort ich weiß es nicht okay und jetzt muss ich schon dahin wofür habe ich wofür ich jetzt ein leben bekommen skill point ja alle jams so zu der schalter zum abschalten der daumenschrauber fabrik ist in diesem raum aber es ist furchtbar laut dort ernsthaft ist es ein verkrankter ernst weil es hier zu laut ist ich ihn schreiben schalte es einfach ab danke dass du die fabrik geschlossen hast guck mal was ich zwischen den zahnrädern gefunden habe das darfst du haben wenn du willst er ist mit hollet du affer ich bin schon laut ich habe ein dummes stück scheiße bin und nie was gelernt habe in der schule außer jungen von anderen abschreibt weil ich bin dumm jungen ab und sind geschafft endlich mal wieder oder stehen zwei offen bis jetzt noch nicht machen konnte die hauptwelt aber jetzt nicht verkehrt sein jetzt kommt das fluglevel aber jetzt noch nicht es macht jedes aquaria die wirkliche wasser welt ist nicht die folge ist ja schon wieder vorbei was dort alter und wie es weiter geht es dir in der nächsten folge bis zum show